Aktivist ist, wer aktiv ist und halt zuhause vom Rechner sitzen und halt immer nur jammern und halt Mitleid zeigen für die Leute in Donbass bringt halt nicht so viel wie da hinfahren und halt wirklich was machen und wie gesagt sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ratzfatz bei uns zur gleichen Situation kommt, wie es jetzt in der Ostukraine ist und da wäre ich auch sehr glücklich drüber, wenn da irgendein Verrückter kommen würde und uns einfach mal ein paar Sachen bringt, die uns halt das Überleben erleichtern müssen und darum mache ich das halt, weil ich kann nur Hilfe erwarten, wenn ich selber aber auch bereit bin Hilfe zu leisten.